Hallo Leute, hier ist Biti, euer Bitcoin Trading Informant und hier ist euer tägliches 5 Minuten Turbo Update. Wir haben heute den 13. Oktober und für alle, die es gestern nicht gesehen haben, schaut mal ein Video von gestern an, mein Update. Gestern, Danger Danger, schaut euch das an, es hat wirklich 100% gepasst, exactly as predicted. Okay, guys, let's go! Und wir starten gleich mal für alle TikTok-Fans und Instagram. Nur mal 3 Minuten Zusammenfassung, extrem Turbo. Wir sehen schon, im Stundenbereich sollten wir Bitcoin verkaufen, alles geht hier auf Sell. 2 Stunden sagt uns, verkaufen, verkaufen, die Oszillatoren auf neutral, 4 Stunden, wir sind neutral wie die Schweiz. Und erst mit dem Tagesgeschehen, mit der größeren Zeitspanne, wird es jetzt wieder bullischer, buy and strong buy. Und die Woche auch auf buy and strong buy, aber Achtung, die Oszillatoren sind selbst in der Woche jetzt mal auf Sell gerichtet. Leute, das ist schon alarmierend, Achtung, Achtung. Wir sehen jetzt einiges und zwar hier, das ist unsere Bitcoin-Dominanz, habe ich euch gestern auch schon gezeigt. Und sie geht hier rapide nach unten. Wir hatten einen schönen Spike nach oben, jetzt geht sie nach unten. In dem Zeitpunkt war es besser hier, Altcoins zu traden. Und das sehen wir auch hier. Bitcoin ist momentan ein bisschen runtergegangen, minus 3% heute für den Tag. Dafür geht Ethereum rauf mit 1%, Binance Coin mit 16%, Aida Cardano geht rauf, XRP geht ein bisschen rauf, Solana geht ein bisschen rauf, Polkadot 9% und, und, und. Also, Altcoins gehen momentan ein bisschen hoch, Bitcoin ein bisschen runter. Die Bitcoin-Dominanz ist trotzdem noch auf 45,6%. So, jetzt aber mal rein hier. Das ist der 4-Stunden-Chart. Und schaut euch das mal an. Ich habe euch gestern gesagt, Achtung, Achtung, Alarm, Alarm, wir sind hier in einer Danger Zone. Warum? Wir sind hier fast am Ende dieses Aufwärtskanals, aber das größere Problem ist, wir sind hier über der, oder wir kämpfen hier momentan mit dieser Fibonacci 0.786 Fibonacci bei 57.147. Das ist das große Problem, das wir gestern so hatten. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft, da hier erfolgreich drüber zu kommen. Wir hatten hier sehr viele Versuche, drüber zu kommen, aber wir sind dann schlussendlich wieder nach unten durchgegangen. Für den Moment, das Bullische, für den Moment, wir sind nach wie vor hier in höheren Hochs. Ihr seht es schon, wenn wir einen schönen kleinen Aufwärtskanal zeichnen von hier, sollte auch funktionieren, von hier über diesen Punkt nach hier, haben wir hier momentan einen kleinen, schönen Aufwärtskanal. Da sind wir auch drinnen, das funktioniert soweit. Solange wir da drinnen bleiben, ist alles gut. Sollten wir aber tiefere Tiefs bauen, Leute, dann Alarm, Alarm, hoch 2. Für den Moment sind wir jetzt mal runtergebounced unter die Fibonacci und das ist jetzt mal unser großes Problem. 4-Stunden-Bereich. Schauen wir uns ganz schnell an den RSI, Relative Strength Index. Was sagt denn uns der so? Oh, wir sind ein bisschen entspannt wieder. Ihr seht es schon, auf 46 Punkten ist wieder ein bisschen runtergegangen. Nein, ja, die Bearish Divergence, habe ich euch gestern auch schon gesagt, will ich heute gar nicht mehr darauf eingehen. Checkt einfach das Video von gestern, bitte, wenn ihr es nicht gesehen habt. Das ist jetzt momentan unser großer Widerstand im 4-Stunden-Bereich, wenn wir über den RSI gehen. Und da seht ihr schon, solange wir weiter unten herumgucken, geht es auch wahrscheinlich weiter runter. Wir sollten hier nach oben ausbrechen, das wäre mal ganz wichtig, wenn wir hier den RSI betrachten. Schnell weg damit. 3 Minuten sind wir wieder um. Leute, sorry, bei TikTok, bei Instagram, weiter geht es mit YouTube. Wir haben hier ein bisschen längeres Video heute für YouTube, denn wir werden noch ein bisschen gemeinsam was checken, Leute. Und zwar gehen wir jetzt mal in die Candles. Schauen wir uns mal an, was sagen uns diese Candlestick-Pattern so. Und ich finde das immer sehr, sehr interessant. Die Candlestick-Pattern, die Identified. Falls wer fragt, welcher Indikator ist das? Battle, äh, Battlefield, nein, nicht Battlefield. Candlestick-Pattern, dass ich es rausbringe, Identified. Und da, wenn wir jetzt ein bisschen so drauf schauen, ist es wirklich sehr interessant. Ich habe euch auch gestern gesagt, Leute, Achtung, wir bauen hier so viele bearische Vorzeichen, bearische Pattern. Bearish, bearish, bearish. Dann hatten wir den Doji da oben. Der Doji war überhaupt unser K.O.-Kriterium. Und danach ging es runter. Ja, jetzt haben wir da mal einen Bullish und Harami mit einem schönen Spike nach oben. So weit, so gut. Wir müssen aber jetzt, wie gesagt, unser Tief höher bauen als diesen Punkt hier. Das heißt, wir müssen 53.880 halten. Würden wir da runter spiken bei der Alarma, Alarma, hoch zwei, Leute. Es kann natürlich jetzt schon sein, dass wir weiter runter gehen. Den Grund dafür ist die Elliott Wave Theorie, die ich euch gestern gezeigt habe. Bitte auch kurz nachschauen, für alle, die es nicht gesehen haben. Deshalb bin ich jetzt mal momentan für alles vorbereitet. Bin auch oben aus meinem Trade rausgegangen. Hat super funktioniert. Habe jetzt aber schon mal ein bisschen hier nachgekauft auf der Unterseite. Habe den Spike natürlich nicht perfekt erwischt. Aber irgendwo hier rum bei 54.8 oder so irgendwo bin ich wieder rein. Das heißt, ich habe hier eine kleine gute Position erwischt. Bin wieder mal mit einer kleinen Position lang. Warte aber jetzt noch ab. Denn es kann jetzt natürlich auch durchaus sein, dass wir sowas sehen wie hier. Ein kleiner Anstieg und dann runter. Bisschen rauf, runter und runter. Das heißt, ich bin vorbereitet. Vorbereitet mal auf jeden Fall hier auf unsere 51.000. Das ist der nächste große Support, unser 0.618 Fibonacci. Auch hier die Mittellinie natürlich der große Support, Leute. Das müssen wir auch beachten. So, Candles mal weg hier rein in den Stundenbereich. Und auch da schauen wir uns mal ein bisschen um jetzt. Was geht hier so ab im Stundenbereich? Und da checken wir vereinfacht mal den Rippon. Was sagt denn uns unser Rippon-Band? Sind wir noch wie vor da drüber? So, nein. Und das ist jetzt eines unserer großen Probleme, Leute. Zoom mal weiter rein. Erstens mal, so haben wir einen perfekten Spike auf die EMA 200. Das war eigentlich fast vorauszusehen. Ich habe es auch ein bisschen verwurschtelt. War hier gerade duschen. Habe das auch im Livestream geschrieben. Ich habe es leider ein bisschen vermisst. Aber wir haben den EMA 200 perfekt erwischt. Dann wieder hoch. Wäre ein super Trade gewesen. Geweizen, yes. Geweizen, yes. Und dann hatten wir hier ein höheres Tief. Fast wieder runter zur EMA 200. Wieder ein bisschen hoch. Es ist wirklich extrem gefährlich momentan. Ich bin gar nicht so begeistert von der Situation. Und ja, wie gesagt, ein kleiner Long ist hier. Und das ist unser Kanal, der jetzt nach unten geht. Im kleineren Zeitfenster. Und da seht ihr schon, warum kämpfen wir hier wieder rum? Warum nudeln wir, sagen wir so schön bei uns, hier so rum? Wir sind hier bei der Mittellinie. Wir kämpfen wieder mal mit der Mittellinie. Da sind wir wieder schön drüber momentan. Das heißt, der Stundenchart sagt uns so viel aus. EMA 200 sagt so viel aus. Unsere parallelen Kanäle sagen so viel aus. Und es ist summa summarum fast so einfach, oder? Wir kämpfen jetzt mit der Mittellinie. Es sollten die hoffentlich halten. Und hier unten ist jetzt unser großer, großer Support. Ich mache den jetzt mal ganz fett. Das ist hier der Bereich, der hoffentlich halten wird. Das ist der Bereich von hier bis hier nach hier. Eine fette grüne Linie. Das Ganze seht ihr natürlich auch in meinem Livestream. 24 Stunden online, wie immer. Und der muss jetzt halten. Das ist jetzt wichtig. Wenn das Ganze hier hält, hier unten sind wir irgendwo bei, schauen wir mal, circa 54.000, dann ist alles gut. Sollten wir da runter spiken, naja, nicht so gut, nicht so gut. Dann würde mein Stop-Loss auch hier unten mich rausnehmen aus dem Trade. Würde einen kleinen Verlust machen. Aber so ist das mal. Man kann nicht 10 von 10 gut machen. Das geht nicht. So, Leute, das war das Update schon für heute. Dauert schon wieder über 5 Minuten. Morgen wieder mehr davon. Wie jeden Tag ein Turbo-Update von mir. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Macht es gut. Euer Biti. Und ganz wichtig, ich bin kein finanzieller Berater. Das hier ist keine finanzielle Beratung. Und vielen lieben Dank an meine Supporter. Ganz nette Kommentare. Gestern bekommen wir wieder das Video. Werde morgen wieder einige Namen nennen. Danke dafür, Leute. Bye, bye.